Was hilft euch bei sehr warmen Sommernächten, wenn ihr nicht einschlafen könnt? Die Wärmflasche mit kaltem Wasser füllen, einfrieren und in der Nacht mit im Bett liegen haben. Kühlt angenehm und tatsächlich auch relativ lang. Ansonsten hilft auch eine Flasche Wasser einzufrieren, ohne Deckel, damit sie nicht platzt, und sie dann auf den Nachtschrank neben dem Kopf zu stellen. Gibt eine schöne gleichmäßige Kühle ab und das finde ich besser, als den Ventilator. Ich hab nen Kühlacko mit einem Handtuch umwickelt und in mir zwischen die Beine geklemmt. Meine Füße mit Wasser besprüft und den Ventilator drauf gerichtet. Und zum Schlafen ein Top getragen, das ich vorher unter eiskaltes Wasser gehalten und dann ausgedrückt habe, damit es noch feucht ist. Wenn das alles nicht mehr half, hab ich einfach im Garten gezeltet. Eigentlich hatte ich für meine Katze so eine Kühlmatte gekauft. Die will sie aber auf Biegen und Brechen nicht nutzen. Also kam ich auf die Idee, mir die ins Bett zu legen. Sehr zu empfehlen. Handtuch anfeuchten und auf die Beine legen. Wirkt Wunder. Klimaanlage einschalten. Alternativ Edibles und Wesern. Hab jetzt tropisches Klima und Schimmel in der Wohnung.